In diesem Video werde ich eher unbeliebte Pokémon aus Gen 9 neu gestalten. Ich bin KormiPempai und wenn du auf Nerdy Stuff stehst und eine Vorliebe für Kunst hast, dann bist du hier auf meinem Channel genau richtig. Legen wir los! Das Pokémon Dummi-Miesel sorgt für Kontroversen. Die einen scheinen es ganz witzig zu finden und die anderen sind eher enttäuscht von dem eher langweiligen und unkreativen Design. Hier kommt mein Verbesserungsvorschlag. Dummriesel! Ich entschied mich dazu, das Pokémon umzubenennen, weil auch der Name Dummi-Miesel mir nicht so sonderlich zusagt. Die Idee war es, die Elemente der Tsuchinoko, das ist das Fabelwesen, auf welches Dummi-Miesel basiert, beizubehalten. Tsuchinoko sind schlangenähnliche Wesen, jedoch zeichnen sie sich durch einen deutlichen dickeren Mittelteil im Vergleich zum Kopf und Schwanz aus. Der dickere Mittelteil dieses Pokémons hindert es daran zu fliegen. Durch die Flügel an Kopf und Schweif werden diese in der Luft gehalten. Dummriesel! Das Flügelschlangen-Pokémon. Es galt für lange Zeit als nicht existent, da dieses Pokémon zurückgezogen in tiefen Höhlenhausen. Dort gräbt es mit Dummi-Miesel einen labyrinthartigen Nestkomplex, den es nie verlässt. Machen wir es kurz und schmerzlos. Locroco sieht unförmig aus und ist im Verhältnis zu Krokel ein Downgrade. Oh, ich will mich wirklich nicht zu gemein anhören. Geben wir dem Krokodil erst einmal eine krokodilartige Körperform. Die Ausstrahlung des originalen Designs habe ich probiert beizubehalten. Ansonsten habe ich, wie ihr seht, eigentlich nur Kleinigkeiten abgeändert. Der ründliche Frontzahn ist wieder eckiger wie der von Krokel. Die Bauchstreifen ziehen sich über die gesamte Unterseite des Körpers und die rechteckigen Schuppen sind wie Solarplatten auf dem Rücken verteilt. Hoffentlich kann ich euch mit diesem Design begeistern. Dadurch, dass das Feuerkroko auf den Hinterbeinen läuft, wirkt es zugegebenermaßen etwas wie ein kleiner Dinosaurier. Eventuell könnte man dem entgegenwirken, indem es nicht dauerhaft auf den zwei Beinen läuft. Trotzdem finde ich es mega putzig. Wenn dir dieses Video gefällt und du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann unterstütze mich doch gerne durch ein Like oder ein kostenfreies Abo. Vielen Dank! Als nächstes auf meiner Liste steht... Psyopatra. Oder Psyopatra? An sich sagt mir das Design zu, nur gefällt mir die Farbpalette nicht so sehr. Aber bevor ich das Strauß-Pokémon nur neu einfärbe, dachte ich, ich gestalte es noch etwas nach meinem Geschmack um. Das Design von Psyopatra ist für einige Fans ein wenig zu überladen. Es hat so viele unterschiedliche Elemente, die es ein wenig chaotisch aussehen lassen. Deswegen habe ich mich von den eher spitzen Merkmalen verabschiedet und noch mehr ründliche Formen eingebaut. Natürlich habe ich meiner Version auch eine neue Farbpalette verpasst. Durch das dominierende Lila sieht es nun eher nach einem Psycho-Pokémon aus. Die auffälligen zierenfarbenen Augen habe ich beibehalten, da ich diese als schönen Farbakzent empfunden habe. Das Zusammenspiel von Lila, Gold und Weiß wirkt auf mich persönlich sehr edel. Aber jetzt passt Flatutu ja gar nicht mehr so gut. Genau deshalb habe ich Flatutu auch gleich neu designt. Das ist meine Gelegenheit, ein Straußenküken aus dem kugelrunden Küken zu zaubern. Ich habe es möglichst auf meinem Psyopatra abgestimmt. Also eher weiche und ründliche Merkmale. Übrigens kommt das Tutu aus Flatutu von Tütü. Also das Pokémon könnte in Wirklichkeit Flatutu ausgesprochen werden. Das war für mich persönlich ein richtiger Mind-blown-Moment. Hoffentlich seid ihr von den Pen-Pie-Flatutü genauso ein Fan wie ich. Vogelstrauße sind sehr beeindruckende Tiere und ihre Küken sind so super niedlich. Aber passt auf, jetzt kommt das Beste. Wenn es sich hinsetzt, dann sieht es so aus, als wäre das Tutu ein Vogelnest. Ist das nicht super süß? Flatutu ist wohl ein Nest-Orca. Vogelstrauße sind in Wirklichkeit aber Nestflüchter. Aber den Wortwitz wollte ich mir nicht nehmen lassen. Jetzt knöpfe ich mir Normi Fien und Delfinator vor. Beziehungsweise werde ich in diesem Video eine neue Vorstufe für Delfinator-Design und im nächsten Teil werde ich eine neue Entwicklung für Normi Fien zeichnen. Aber jetzt erstmal zu Delfinator. Deswegen verpassen wir Delfinator jetzt erst einmal ein Makeover. Seinen breiten Kopf habe ich deutlich schmaler gezeichnet. Auf seine einzigartigen Blasen-Augen-Brillen-Schutz-Dinger habe ich verzichtet. Und ich habe mich entschieden, ihm dem typischen Superhelden-Masken-Look zu verpassen. Bei meiner Umsetzung wirkt es nun weniger Punching-Ball-artig. Dieser Flipper hat den Leg Day nicht geskippt. Momentchen mal, sind das jetzt eigentlich Beine oder Flossen? Oder beides? So, kommen wir zur Vorentwicklung. Hier kommt Healthy Fien. Die Vorstufe soll einen Sidekick darstellen. Also quasi ein Held in Ausbildung. Delfinator und seine Vorstufe sind wie Batman und Robin. Oder wären Meerjungfraumann und Blaubarschbube ein besseres Beispiel? Tatsächlich mag ich die Trope von Zero to Hero eigentlich sehr gerne. Aber an dieser Stelle empfand ich die Umsetzung von Superheld und Sidekick irgendwie passender. Healthy Fien, das Sidekick-Pokémon. Wird ein Healthy Fien geboren, sucht es sich sofort ein starkes Pokémon als Meister. Erst wenn es die Fähigkeiten seines Meisters übersteigt, entwickelt es sich zu einem Delfinator. Sehr viele von euch haben sich Juju gewünscht. Mir persönlich gefällt Juju ganz gut. Aber euer Wunsch ist mir Befehl. Wahrscheinlich eignet sich diese Umsetzung eher als eine Alternativform zu Juju. Sie könnte beispielsweise durch ein besonderes Item hervorgebracht werden. Bei Shaman ist das ja auch der Fall. Oft wurde an Juju kritisiert, dass es sich dabei nur um einen Goldfisch aus Feuer handele. Ich schätze, das Konzept empfanden viele als unspektakulär. Vor allem für ein Leggy. Zugegeben, ich habe es mir echt einfach gemacht. Aus einem kleinen Goldfisch wurde ein riesiger Feuerkoi. Durch die Verschnörkelungen wirkt das Design aufregender und pompöser als bei der Goldfischform. Irgendwie habe ich gerade ein Bild im Kopf, wie die Koi-Form am Nachthimmel ihre Kreise zieht. Ich glaube, das könnte echt gut aussehen. Vielleicht sollte ich das zeichnen. Du willst noch mehr Pokémon sehen, die ich gezeichnet habe? Dann ist das hier das richtige Video für dich. Bis hoffentlich bald. Eure Komi Pempai. Bis zum nächsten Mal.